Yo Leute, kleines Intro, Gamescom Tag 1, wir sind total... Aua, fuck, Alter! Aua, Aua, fuck, F***, F***! Kein Motivation, ja, will man! Du bist auch richtig gut drauf gerade, ne? Kann das sein? Aber schau mal da vorne! Patrick! Ja? Wir haben gehört, dass du richtig gut drauf bist, Alter! Ich bin richtig! Super gut gelaunt, hey Leute, was gedacht? Ich hab den Kopfschmerz! Das ist ja hier, Balutens erstes Mal auf der Gamescom, ne? Ich bin richtig aufgeregt, deshalb hab ich auch die Kopfschmerzen! Okay, wir stehen jetzt hier grad vor der Gamescom und haben hier grad noch die Jungs getroffen und ihr habt eine ganz besondere Aufgabe bekommen für euren YouTube-Kanal, ne? Ja, aber wir müssen ein Kinderlied singen! Okay! Möchtest du kurz deinen YouTube-Kanal nennen? Nein? Okay, alles klar, gut! Wir haben jetzt ganz viele andere Leute noch gefunden hier und jetzt werden wir was singen? Alle meine Entchen! Okay, dann komm mal mit rauf, wir stürmen mal drüber! Drei, zwei, eins! Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe! Damit verdient man sein Geld! Gut, also die 20 Euro machen wir dann jetzt noch die Aufnahme aus. So, wir haben jetzt gerade noch, wen haben wir getroffen? So, wir haben jetzt gerade Far Cry 4 ausprobiert und es ist irgendwie auf der Konsole mega schwierig zu spielen. Der blanke Horror, also Eco-Shooter auf ganz ohne finde ich gehen gar nicht. Aber es ist ganz cool, die Ladezeiten sind total übertrieben und die Grafik müsste noch aufpoliert werden. Und wir gucken uns das jetzt an und dann gebe ich auch meine Meinung dazu. Genau! Aber schon ganz cool! Ich beende jetzt diesen Vlog, ja? Und sage, wenn es euch gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da. Und schaut auf jeden Fall auch deutschlich sagen. Und wenn ihr mögt schaut auch bei Sturmwaffeln und bei Palupen vorbei, da gibt es auch Vlogs. Und dann hören wir uns morgen wieder in einem weiteren Gamescom-Vlog von der Gamescom am Donnerstag. Nee, ist heute Donnerstag? Morgen ist Donnerstag, genau, natürlich. Okay, macht's gut, tschüss bis zum nächsten Mal! Tschüss, euer Bergmann, ist das denn?